Bis zu 13 Grad. Das ist sehr ordentlich für den 12. Februar. Wenn gleich man auch schon ahnt, es wird nicht überall diese hohen Temperaturen am Sonntag geben. Da braucht es schon die Sonne, die dann mit freundlicher Unterstützung ordentlich mithelfen muss. Wo es die Sonne am Sonntag gibt, das schauen wir uns jetzt an. Und das fällt natürlich sofort auf im Südwesten. Da scheint sie teilweise von Beginn an vor allem direkt am Alpenrand. In manchen Regionen musste sich auch erst einmal gegen den Nebel durchsetzen, vor allem im Oberrheingraben. Ansonsten viele dichte, graue Wolken in den östlichen Mittelgebirgen, auch noch ein paar Niederschläge. Meist ist es nur ein bisschen Nieselregen. Schnee gibt es nur noch ganz oben auf den Bergen, also wenig winterlich. Und im Norden viel Grau, ganz vereinzelt vielleicht mal ein paar Wolkenlücken im Laufe des Tages an der Nordseeküste. Tja, und die Sonne kommt dann noch ein bisschen weiter in Richtung Norden voran. Also im Westen starten wir häufig grau, später kann sich die Sonne hier und da noch mal zeigen. Da gibt es also einen recht freundlichen Verlauf. Ansonsten die meiste Sonne natürlich im äußersten Süden und das sehen wir hier auch noch mal auf der Karte für die Sonnenscheindauer. Im Nordosten steht die Null, im Südwesten gibt es durchaus fünf bis neun Sonnenstunden. Das meiste davon direkt am Alpenrand. Die Temperaturen verteilen sich folgendermaßen im Südostenwerte um die fünf Grad, nur weiter in Richtung Südwesten durchaus bis zu 13 Grad. Wie gesagt, mit Hilfe der Sonne, ohne die klappt das natürlich nicht. Die Temperaturen im Westen bis maximal elf Grad und im Norden erreichen wir Höchstwerte zwischen sieben und neun Grad. Zum Schluss noch der Blick auf die weiteren Aussichten und auf den Wochenstart. Wir haben es weiterhin mit diesem Hochdruckeinfluss zu tun, da ändert sich relativ wenig und die Sonne wird in den südlichen Landesteilen vor allem auf den Bergen scheinen am Anfang der Woche. In den Niederungen entlang der Donau, da häufig auch Hochnebel. Im Norden ohnehin grau, die Temperaturen maximal bei 12 bis 13 Grad am Montag und Dienstag. Am Mittwoch könnten dann auch mal 14 Grad im Westen erreicht werden. Also das fühlt sich dann schon richtig vorfrühlingshaft an, ganz anders im Norden bei maximalen Werten um 8 Grad.